Im US-Bundesstaat Tennessee ist nun auch der zweite Abgeordnete wieder ins Parlament zurückgekehrt. Vorausgegangen war eine Abstimmung im Rat seines Wahlkreises Shelby County. Dort votierten die Mitglieder ohne Gegenstimme für die Wiedereinsetzung von Justin Pearson. Bereits am Montag war der erste demokratische Abgeordnete Justin Jones vom Stadtrat in seinem Wahlkreis Nashville wieder ins Repräsentantenhaus zurückgeschickt worden. Die beiden waren in der vergangenen Woche mit der Stimmenmehrheit der Republikaner aus der Parlamentskammer ausgeschlossen worden. Hintergrund war ihre Teilnahme an Protesten im Parlamentsgebäude für schärfere Waffengesetze. Eine weiße demokratische Abgeordnete, die ebenfalls demonstriert hatte, wurde nicht ausgeschlossen. Daraufhin waren Rassismusvorwürfe laut geworden.